moin moin leute ich begrüße euch heute zu einer weiteren folge missionsguide wir spielen star citizen wir sind in der live version 3.16 es geht heute um die delivery mission red wing seeking new pilots so ich schalte dann mal auf den server wir sind auf everest harbour relativ gut ausgerüstet hier wie man sieht mit allem drum und dran auf alles vorbereitet was irgendwo kommen könnte und die mission die es darum geht das ist erstmal call to arms wie immer so general delivery hier sehen wir ja die firma da die sucht eben halt neue piloten wir haben operai auf den höhersten zu hdms edmund und hörsten ja auf dem planet einmal hin und her das nehmen wir doch für 3000 das ist die anfangs quasi so die starter mission die uns die reihe freischaltet ich gehe mal auf delphi so da haben wir schon in der 3.15 was gemacht gehabt und um das wieder frei zu kriegen müssen wir da die anfangs mission nochmal spielen und danach können wir dann wieder mehr pakete transportieren ich denke mal dass nach dieser einen mission dürfen wir das level vielleicht komplett voll haben und sogar schon drei pakete abholen können für ich glaube es waren sechs oder neun tausend glaube ich oder sogar schon die nächste das nächste höhere level von ich glaube 45.000 allerdings da könnten dann auch feinde auftauchen so dann gehen wir mal ans terminal und holen uns ein schiff da langt uns hier ein kleiner vogel hier nehmen wir die cutlass so pet 2 weil dann heißt natürlich wir warten auf den fahrschuhl ist ja logisch so gehen wir einen schritt zurück noch mal in die mission rein und dann trecken wir sie mal das habe ich mich vergessen so track o'brien hirsten ja dann wollen wir mal gucken was ist da für uns dann auch noch viel gibt wir auch schon gleich da bei schiff ja ja wie man sehen kann wir haben mal wieder ein bisschen was an der cutlass getan wir haben hier zwei knöpfe auf der linken einmal auf der rechten seite wo wir das schiff jetzt die rampe öffnen können und dann müssen wir hier einmal ran die rampe wieder schließen immer wichtig hier zuzumachen und bevor wir reingehen und uns setzen weil da kann niemand über das pad laufen und dann auch rein schlüpfen das wollen wir ja nicht so 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 jo immer wieder gerne Everest Harbour ist halt irgendwie doch ein guter Heimathafen dann springen wir da mal hin. Ich hoffe ja, dass es da nicht so windig ist. Hier können wir dann noch mal das ändern. Und alles auf Null. Ja, das ist die selbe Taste. Jo, so wollen wir das haben. Ich bin kinder. Ich bin kinder. Vielen Dank. Ach ja, ein Schluck Tee, das tut ja gut. Ach ja, besonders wenn es so schön heiß ist. So, gehen wir schon mal ein bisschen vom Gas runter. Und schon mal das Fahrwerk raus. Letting gear down. So, gehen wir schon mal ein bisschen vom Gas runter. So, gehen wir noch mal auf der Erde zu. So, gehen wir schon mal auf der Erde zu lassen. So, gehen wir schon mal auf der Erde zu lassen. Da kann man sich aber gut verschätzen. Da. Da ist auf. Lustig. Aber er macht sie nicht mehr zu. Okay. Dann machen wir das von innen. Dann muss ich an meinen Einstellungen demnächst auch was ändern. Weil die Tür, die sollte er dann doch mit der Taste, die ich dafür vorgesehen habe, auf- und zu machen. So, dann gehen wir erstmal in dieses Gebäude hier rein, um zu schauen, was wir dort liegen haben. Ob wir hier was feines lupen können. Ob wir hier was feines lupen können. Bei den Wohnräumen in den Habitats, da scheinen wir nichts looten zu können. Laufen wir mal gleich weiter zu dem anderen Gebäude. Hier sollte auf alle Fälle was sein. Jo. Da schieben wir dann gleich den Pokal rüber. Ja, leider müssen wir zur Zeit dreimal schieben. Die Früchte werde ich nicht mitnehmen. Nur Waffen. Mal bei dreimal, da ist mir das zu viel damit. Später, wenn es dann besser läuft, dass man das Ganze dann einfacher rüber schieben kann. Dann ja, dann werde ich sowas auch mitnehmen. Mal gucken, was da drin ist. Fearneereskultur. Funktion. Zweimal. Dreimal. Messer. Messer. あとnowREMESSER. Interessante. dann eher das irgendwie blöd, dass man es immer dreimal hin und her schieben muss und dass man es nicht irgendwie einmal begräunigen kann so, da haben wir jetzt noch ja, mach mal eine Monitierung 1, 2, 3 dann noch was zu looten ok, finde ich dann gehen wir rüber zum Paket holen und schauen da erst nochmal, ob wir da noch was looten können dann gehe ich auch auf gar nicht ok, das ist klar ich glaube nicht noch nichts ok, schauen wir mal hier rein auch nichts nö, dann scheint es nur die beiden hier zu geben nehmen wir uns mal das Paket raus ja, da rappelt es wieder in der Kiste wieder wohl immer Murmelt ok 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 so und jetzt zeigt er uns oben auch schon an, wo es hingehen soll aber vorher müssen wir ja nochmal unser gelootetes Zeugs einpacken sozusagen einmal das i drücken lokal und hier machen wir auf der anderen Seite Vehikel jetzt langt einmal warum auch immer wenn das später mal so funktioniert, dass das immer so schön schnell geht, dann kann man das wesentlich besser machen so ab auf den Pilotensitz und weiter geht's die So, I don't know, MEP. So, dann sind wir auch schon hoch genug, können da direkt hinspringen. Hoffe ich ja mal. Könnte natürlich auch sein, dass er uns durch den Planeten donnert. Oder dass er gar nicht springen möchte, das kann auch sein. Ja. 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 So, dann mal klären. Da haben wir ja einen Tempo. Nehmen wir den mal. So, MEP erneut auf. Da haben wir aufgedrückt, mal gucken, ob er es jetzt vernünftig macht. Jo. So soll's sein. So. 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 So soll ich ein bisschen Speed geben. So. 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 Dann wollen wir mal schauen, was sie hier stehen, das wir uns versteckt haben. So. 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 Dann setzen wir hier mal auf, genau. Da war es, wo er in der Zwischenzeit dann mit beschäftigt ist. Rappel, rappel, rappel. Dann geben wir als erstes mal das Paket ab und dann untersuchen wir mal die Gebäude. So, die Mission wäre dann complete. Sollte es jetzt 3000 geben. Jo, dann schauen wir mal in die Delphi rein. So, da ist er. Ja, ein bisschen weiter höher ist er gekommen. So, und jetzt hat er eine weitere Option. Ja, wahrscheinlich oben dann. So. Da einfach raus. Hier hat er nichts. Hier hat er eine Küste. Wie ist er? Haben wir doch mal wieder eine schöne Waffe gefunden. Eins, zwei. Drei. 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 ja da ist schon die frage lohnt es sich noch die gebäude abzuklappern weiß es nicht probieren wir es einfach gucken wir mal da noch was ist und wenn ich schalte klar die sind ja nicht so weit hier auseinander da ist noch nix da ist auch nix ne da scheint dann nix mehr zu sein ne da nix da auch nix dann hier sicherlich auch nix ne wäre ja auch zu schön haben wir gleich noch das kleine gebäude die habitation da lohnt sich der blick eigentlich auch nicht rein dann gehen wir gleich weg ja das war dann schon mal die nächste mission geschafft brauchen wir dann gleich nur noch eben die sachen ins schiff laden und aus einmal das e so wenn man bedenkt hat hier sind dann auch ein paar tausende die man bei so einer mission noch nebenbei kriegt oder man rüstet sich selbst damit aus ne also weil da kommt ja mit der zeit auch noch eine ganze menge zusammen wenn man das immer schön macht ja dann sehen wir uns die tage wieder bei der nächsten mission ich werde diese reihe mal ein bisschen weiter verfolgen und mal schauen wann ich dann die nächste kriege wünsche euch bis dahin viel spaß macht euch ein paar schöne tage und genieß das leben in diesem wunderschönen spiel also bis dennne dann tschüss die fünf ließ nun reihe die 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 bis die das war war Vielen Dank.